herzlich willkommen auf meiner kanal lk play 87 hier auf der galgenberg so wir fahren jetzt schnell runter werden die zwei wiesen weil die müssen jetzt auf jeden fall mähen des weiteren werden wir gleich dann machen und ich sehe gerade wir müssen jemand wieder ein bisschen aktualisieren dass es mal wieder besser aussieht sehr schön wenn wir die zwei wiesen gemäht haben dann schauen wir mal langsam wie es aussieht mit den fermenter und dann werden wir schon langsam in das zweite projekt rein starten und zwar umzug auf den neuen ruf mit kühe und hühner ist natürlich jetzt was ganz besonderes aber jetzt muss man erst mal die zwei wiesen das ist jetzt mal ja was habe ich habe den hänger mitgenommen ja gut egal ist jetzt nicht schlimm passiert hier auf dann habe ich habe ich habe mir doch gerade eben gewundert warum steht da hinten dran schmierfett jetzt weiß ist natürlich warum weil das schmierfett dran kommt am hänger halt stoppen so kaufen wir uns das oder kaufen wir uns das nicht hier erledigt spannend falsch einmal technik der technik so wir brauchen aber ein normales wo ist denn die technik auf einmal hin grün eisekurs mietechnik eigentlich würde das doch reichen hier schon acht meter das kostet 25.000 das 75 aber das ist doch glaube ich mit wo man direkt heu machen können oder für was ist es denn hier also ich gehe mal ich werde das jetzt hier mal probieren zu mieten auf jeden fall ganz klar schmierfett aufkleber neu passt ja und dann schauen wir mal was genau das hier ist das auch mieten auf jeden fall ganz klar und dann gucken wir mal was es hier ist es interessiert mich nicht mehr jetzt langsam mal da ist ja schön fendings so haben wir mal hier ordnungsgemäße geraden so passt sehr schön also wenn das nicht perfekt war dann weiß ich auch nichts mehr das weitere mal jetzt hier schnell unser frontembärwerk einmal senken las mal das hier runter ja 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 ist es so schwer und dann einmal auseinander klappen ich knallkopf so war das natürlich jetzt nicht geplant aber wir müssen auch mal die misserfolge rein tun hier was nicht immer alles klappt so ist man ein bisschen gas geben glaube ich geht darunter oder oder bremsen nein da es geht er hoch okay da müssen wir uns das was einfallen lassen ja 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 also da lasse ich euch jetzt live mal mit dabei am besten ist ein bisschen noch weiter vor das bringt glaube ich auch nichts da wird nur eins helfen abkoppeln nee ich wollte gerade sagen war ich jetzt so schwer das ding nach hinten weg ging das wäre es ja gewesen hier hängen wir jetzt mal das ding hier an so zack zack so bei immobilien makler hat ja alles super funktioniert ihr habt sechs sehen wie mega schön das aussah dann wenn wir dich jetzt mal wieder ein club ne ich glaube mal ein so ging es ein klappen genau fertig und jetzt da vinci da vinci was da wisst ihr die zwei wir dürfen ja da nicht mehr durchfahren was da ist jetzt kommt keiner da kommt auch keiner ein bisschen den portstein mitgenommen aber gehört dazu jetzt bin ich hier angekommen und jetzt fällt mir auf dass es ja die dritte wachstum stufe ist naja ist er jetzt auch egal warum geht er dann gehst du nicht an und die zupfe vergessen jetzt 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 startete wenn man dann noch gps einschalten oder kriegen wir das hin ohne oder machen wir es mit wenn wir es schon mal haben halt ich wollte gucken dann müssen laufen was er jetzt für besonderheiten hat ok weil er diesen komischen kamerawillen zu klappen du musst mal ausmachen nee der hat gar nix ach der schmeißt es dadurch nur raus oder wie jedes habe ich natürlich nicht gewusst nee die routieren sich so in die reihe das kann er das doch gleich im schwart ablage machen bin ich mir jetzt gar nicht so sicher aber es musste ja dann hier anzeigen oder also falls ihr es wisst ob der das in schwart ablage macht wehwerk zu klappen komisch nee weiß ich jetzt auch nicht das wäre mal gut zu wissen aber dann würde ja dieses börderband total sinnlos sein was wir dazu kaufen können würde jetzt nicht mal behaupten so machen wir einmal rundumschnitt aber so könnten wir halt das gras dann mal gleich zusammen sammeln ohne ein bisschen egal egal brauchen wir uns hier hinten in der halle z und schwartereien stellen und fertig reicht auch ein einfaches mehwerk was so richtig hier ach so halt stopp muss ich hier die breite noch nutzen ah nee 10 meter passt jetzt das stopp und zwar kann ich das doch hier ausfahren irgendwie ging doch und zwar nee ging auch nicht muss ich das abschalten vorher das muss jetzt mal gucken wie das nochmal ging es ging doch irgendwie glaube ich doch anheben ich bin jetzt hier wirklich überfordert langsam warte mal wie ging denn das hier nochmal mehwerk zu klappen nee geht nicht ich habe das doch ausbreiten können vorher wenn ich jetzt bin ich jetzt wirklich überfragt so jetzt in die richtung nee so zack so jetzt bin ich mal gespannt aber das nervt mich jetzt schon ein bisschen aber jetzt wirklich gedacht das kann ich hier ach jetzt die klappen jetzt verstehst die klappen tun das dann auf das jetzt okay jetzt weiß ich es warum das bei mir nicht funktioniert gut rein damit so jetzt okay weil die tun das praktisch auf das förderband drauf werfen und dann würde das praktisch wer vielleicht eine überlegung ob es da holen so wird muss dann immer ein äh ein na was auch heute bin ein bisschen neben der kappe oder was hier jetzt ein arbeitsschritt sparen aber es wird halt schon sehr mega 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 ins geld gehen was würden das jetzt kosten hier jetzt muss man mal gucken hier mehwerk das war hier irgendwo da mähtechnik nee komm das ding würde hier gerade mal 30.000 kosten lust sind z ja gut das kommt auch noch dazu das ne quatschen müssen wir trotzdem holen lassen wir so lassen wir so lassen wir so einmal zweimal ist halt schade dass das gras noch nicht fertig in der wachstumsstufe ist das habe ich jetzt ja verpennt aber sei es drum einmal zweimal so kriegen wir schon alles hin so wir haben jetzt noch das stückchen noch fertig jetzt sind wir fertig wenn wir mal die guten sachen ausschalten so äh immer ausschalten ausschalten äh schon den gleichen fehler dann jetzt zusammen klappen einmal hier da dürfen wir nicht mal lang fahren hätte ich schon fast wieder vergessen wollen wir da noch ärger bekommen so jetzt holen wir noch schnell den schwader und den zetter den zetter kaufen wir uns glaube ich direkt weil sonst müssen wir den glaube ich zu oft mieten das ist glaube ich besser jetzt könnten wir uns eigentlich schon fast kleine sachen kaufen weil es zwei so wiesen aber warte mal ich habe ja die kühe auch noch ah stimmt ich habe ja die kühe auch noch das kommt ja noch kommt er jetzt noch mit dazu ei 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 ja dann müssen wir mal gucken dann mieten wir uns das doch noch so wir sind jetzt noch gemütlich am zettern machen wir noch mal ein zwei waren hier fertig und dann ups was habe ich denn jetzt gemacht äh ich wollte eigentlich ok eigentlich wollte ich ah ich habe gps aus äh jetzt hat deswegen ok erst überlege ich ob wir vielleicht weil wir oktober november dezember ich glaube daraus wird nichts mehr also muss ich auf jeden fall äh bisschen sammeln gehen aber eigentlich möchte ich ja jetzt vorher den hochkaufen jetzt überlege ich mir ob ich eventuell den neuen kredit aufnehmen knapp 300.000 damit dann das neue kauf die sachen rüber fahren also wenn ihr wisst was ich meine die sachen wie zum beispiel heu und so weiter dass ich das dann das weiß ich gar nicht wie weit ich darüber fahren kann was haben wir gps wir müssen jetzt nutzen äh äh zack neun meter a punkt setzen 5 4 3 2 1 so passt doch sehr schön ähm ja äh wo war ich jetzt stehen geblieben genau dann wird der neuen hoch schon kauf und das soll man das jetzt alles hier noch einlagern in den alten hoch was wäre denn ein was wäre denn sinnvoll eigentlich gutes heu und das warte mal wie viel wie viel heu geht denn da jetzt momentan rein das haben wir doch erst aufgewählt gell ok also werden wir uns doch einen kredit nehmen und davon praktisch erst einmal drei ich weiß schon wie ich es machen ok ich weiß schon wie es mal ojoo eigentlich habe ich gedacht ich schaffe das besser ja so mache ich es auch ich nehme mir den kredit auf machen 200.000 dreihunderttausend was kostet das ding glaubt 240000 habe ich geschaut Was ist das hier? Ja, lauter kleine Pusterblumen. Muss ich nur schnell den nochmal umsetzen hier. Lauter Steine oder was sind das? Oder ist das ein Fehler im System? Äh, das bin ganz durcheinander. Hier, da muss ich hin. Und auf Land hier. Also wenn ich 300.000 aufnehme, bin ich eigentlich ganz gut dabei. Dann werden wir das jetzt mal so machen. Aber ich glaube, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Hätte ich jetzt mal gesagt. So, den müssen wir jetzt hier mal in die Höhe tun. Was da mir hier kaputt geht. Das wollen wir ja nicht. So, senken. Zack. Jetzt müssen wir noch schwadern. Und dann sind wir so gut wie schon fertig. So, wir sind jetzt fleißig am schwadern. Und man sieht, wir müssen ein bisschen weniger einstellen. Das ist nicht gut. Guck mal hier, 8,60. Da bleibt ein bisschen was übrig. So. Tun wir das mal heben. Sehr schön. Bloß nicht hier irgendwie rausfahren. Das wäre ganz schlecht. Das schafft man eh nicht. Und fahren wir hierher. So. Dann mal wieder senken. Gut. So sieht das doch alles schon mal prima aus. Gut. Ich denke, wir machen jetzt hier die Wiese fertig. Und dann sehen wir uns. Und die andere Wiese auch. Und dann sehen wir uns beim... Ja, wir werden das Gras einsammeln. Und dann werden wir schon in der nächsten Folge hoffentlich den neuen Hof kaufen. Dann danke sehen fürs Zusehen. Also, Spaß beiseite. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer LKPLAY87. Macht's gut. Ciao.